1, 2, 3, 4 Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu 2, 4, 1, 2, 4, 1, zwei Fackeln und ich bin immer noch mit Frau Weber hier. Hallo Frau Weber. Hallo Erplan, ich seh dich nicht, wenn du mal auf meinen Bildschirm guckst, du bist nicht da. Okay, das bedeutet Relog. Ich habe keine Ahnung, wie das... Ja, jetzt bist du da. Denkst du etwa... Ja, hast dich selber angezündet. Ja, ganz genau. Kleine Sünden und so. Okay, wir sind zurück mit der Karte, die wir noch nicht kennen. Also ab jetzt seht ihr uns failen. Now let's make this game just a little bit more fun. Let's add colors and shit. Farben und scheiß. Oder auch farbige scheiße. Ne, das ist nicht so schön. Was ist das, die Aufnahme? This means the one who is recording should take this way. Okay. Ah, aha, das ist ja witzig. Okay. Ach nee, Knopf drücken. 3, 2, 1, jetzt. Und? Okay, da sind Farben. Also ich habe hier Pressureplates und ich habe Farben, also so farbige Wolle mit Knöpfen. Ich glaube, ich muss... Also ich habe hier nichts, außer eine Plattform, die hoch und runter gehen kann. Geh mal auf das zweite Pressureplate. Ups, ja. Okay, auf das dritte? Ja. Oder warte, jetzt nochmal auf das erste? Ja. Okay. I really hope you are colorblind. Okay, die erste Farbe ist rot. Okay, ich drücke rot. Bist du denn farbenblind? Ein bisschen. Oh. Kann man denn ein bisschen... Rot-Grün blind bin ich. Ach so, oh. Äh, das ist so gelb, könnte es sein? Oder orange? Ja, ich sehe das bei dir. Das ist... Warte mal. Ja, das ist gelb. Hier. Hoffe ich. Nee, orange. Doch, orange. Das sieht bei dir so gelb aus. Okay. Nee, orange. So. Jetzt? Es tut sich nichts. Vielleicht musst du es neu starten. Also nochmal mit rot anfangen? Ja, oder geh nochmal auf alle Pressureplates. Ja, okay. Okay, grün. Okay. Grün. Hab ich. Ist das überhaupt grün? Das könnte gelb sein. Das war jetzt gelb. Ja, ein bisschen farbenblind, ne? Ja, ein bisschen. Das ist schwarz oder... Okay, das ist nix. Das war gerade schwarz. Also das ist... Ist das weiß oder einfach gar nichts? Nee, weiß gibt es nichts. Also am Anfang gerade war das schwarz, bevor das wieder... Soll ich einfach mal auf schwarz gehen? Ähm. Ja, aber hier ist ja jetzt nichts mehr. Aber soll ich irgendwo drauf gehen? Äh. Oder? Hast du denn so eine Wandtexturfarbe auch irgendwo? Ja, hier. Okay, ja, drück doch mal. Gucken, was passiert. Nix. Hm. Ähm. Ich mach noch mal... Ich glaub noch mal alle Platten drüber. Muss man denn da irgendwas machen, damit die Farben auftauchen? Oder? Nee, eigentlich nicht. Hm. Ähm. Tja. Tja. Weiß ich auch nicht, was wir da machen. Ähm. Äh. Ähm. Hallo. Vielleicht kommst du einfach... Ach, scheiße. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich ja hier. Ähm. Nein. Ähm. Auch nicht. Wie komm ich hier denn wieder raus? Ja klar, also durch die... Nein. Wir sind jetzt hier. Pass auf, wir machen folgendes. Ähm. Okay. Du... Erst die zweite. Ja. Jetzt die dritte. Ja. Äh. Die erste. Ähm. Da war grad schwarz. Jetzt ist wieder nix. War noch mal schwarz. Ja. Nee. Kann man das nicht resetten irgendwo? Hast du nicht einen Reset-Schalter vielleicht irgendwo? Nö. War noch nicht. Vielleicht muss man ja auch irgendwie die Reihenfolge... Also vielleicht ist das ja so wie dieses, ähm... Ich weiß nicht, wie dieses Spiel heißt. Wo da nacheinander Farben auftauchen. Ja. Ja. Und dann? Äh, dann muss man die in der Reihenfolge drücken. Sensor meinst du? Ja, genau. Ähm. Ach, guck mal, jetzt ist da wieder was. Äh. Hier, orange. Bist du sicher, dass das orange ist? Ja. Guck mal, ist das diese Farbe hier? Nee, warte. Also orange, gelb haben wir. Orange, gelb, ja. Soll ich jetzt... Ich mach mal beides. Also ich mach erstmal orange, dann mach ich jetzt gelb. Und jetzt mach ich schwarz. Und? Was passiert? Nee, hier ist nix passiert. Nee, hier ist auch nix passiert. Aber ich hab die richtigen Farben gedrückt. Orange, gelb, schwarz. Vielleicht war da am Anfang grün oder rot. Als wir das noch nicht gesehen haben. Vielleicht warst du noch nicht früh genug da. Tja, ich weiß nicht. Ach, so ein Ärger. Das ist ja echt kacke hier. Aber ich hab nicht das... Oh, äh, rot. Rot? Okay, ich mach schnell rot. Ja. Rot. Rot? Mach nochmal rot. Rot. Das ist wie bei Beetlejuice. Muss man dreimal fragen. Rot. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Oder dreimal drücken. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Was? 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 Tja. Ähm. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Jetzt ist immer noch rot. Das war vielleicht keine gute Idee. Tja. Jetzt ist, äh, oh, jetzt ändert sich's. Das ist gelb. Okay. Jetzt ändert sich's nicht. Doch. Ah, ich hab rausgefunden, wann es sich ändert. Wenn ich auf die eine Pressureplate gehe. Pass auf, jetzt. Ja. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Warte, ich geh jetzt nochmal drauf. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es rot. Ja, ich geh nochmal. Warte mal, ich geh mal auf die andere. Vielleicht kommen da andere Farben. Nee, da passiert nichts. Da auch nicht. Nee, also auf diese hier. Okay, dann jetzt ist gelb, interessanterweise. Mhm. Also wir hatten rot, gelb und dann... Schwarz? Ich nehme mal die gleichen Farben. Okay. Rot, gelb, schwarz. Also nochmal rot. Gelb. Schwarz. Sicher, dass es die richtigen Farben waren? Gehen wir mal gucken. So, das war gerade schwarz. Jetzt hat die Frage, was ist die erste Farbe? Schwarz, rot? Schwarz, rot, gelb. Ist das nicht orange? Das ist orange. Ich habe ganz am Anfang, habe orange gesagt. Da hast du gesagt. Ja, und dann habe ich... Ja, nein, das ist orange, das ist orange. Das ist gelb, das sieht so ein bisschen grünlich aus. Gelb, bei dir grün. Dann orange. Also war jetzt schwarz, rot, orange. Ja. Und? Das ist gelb. Das ist gelb. Schwarz, also nochmal schwarz. Rot. Orange. Gelb. Gelb. Schwarz. Nochmal schwarz. Warte mal, hier ist was passiert. Das war richtig, komm mal her. Also ich könnte jetzt nach... Oder... Ja, dann lass uns ganz schnell hier raus. Oh Gott. So, was steht hier? Arrow, no space. Steht bei dir auch was auf dem Schild? Ja, alles gut. Okay. So, habe ich jetzt ein bisschen Angst. Hier stand was. Oh, was ist das? Was ist das? Äh. Äh. Abgefahren ist das. Null, ne? We have to move to a bigger room, please. Arrow, save me. Okay. Cool. Abgefahren. Ja. Okay. Das war einfach. Ah. Ah. Die Zehen hat da nicht hingepasst, weißt du? Ah. Und er hat versucht, die Eins... Ja, schön. Ist ja witzig. Ah, that's what I needed. Just a bigger room. But that you saved me doesn't mean I'm not going to kill you. Just get lost in the next room. And starve to death. Bäh. Entschuldige mal, ich versuche hier ein bisschen LP-Feeling rüberzubringen und du... Gah. Was denn? Das war nur ein nettes Anstupsen. Flint in Steel. Magst du... Magst du... Magst du wohl den Flint eben rechargen? Ach, jetzt brennt es natürlich so. Du sollst es nicht benutzen, sondern rechargen. Ich wollte dich doch nur anzünden. Moment. Jetzt muss erst mal aufhören zu brennen. Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht soll ich das Voice-Pack wieder diensteln. Vielen Dank. So, Moment. Ja. Okay. Drei, zwei, eins, jetzt. So. Oh. Okay. Ich habe eine Leder nach oben. Oh nein, ein Labyrinth. Oh nein. Ich habe so über... Oh, wie krass. ... gar keine Orientierung zu sehen. Bist du schon reingelaufen? Ja, warte, ich versuche mal zurückzufinden. Ja, ich bin zurück. Okay, pass auf. Äh, du startest. Die erste Abzweigung... Ja. ... gehst du nach links. Okay. Jetzt gehst du so lange nach vorne, bis du mich über dir siehst. Ja. Und dann gehst... Drehst du dich nach rechts. Ja. Gehst du so lange nach vorne, bis du mich über dich siehst. Äh, ja. Gehst nach rechts. Ja. Äh, das gleiche nochmal, nach vorne. 90 Grad nach rechts. Nach vorne. 90 Grad nach links. Nach vorne. Ja, okay, du gehst den richtigen Weg. Ja, da geht es gerade nur einen. Okay. Ich warte mal, wo du lang gehst. Links oder rechts. Hier lang. Okay. Äh, bis hier. Okay. Hier lang. Jetzt? Hier lang. Okay. Hier lang. Vor dem ist Kuchen, glaube ich. Wenn du dich mal nach links drehst. Äh. Kuchen? Achso, da geht es vielleicht zum Cake Room. Ja. Egal, brauchen wir nicht. Auf jeden Fall, wir müssen hier lang. Ah ja, okay. Vielleicht wäre es doch cool, wenn ich auch aufnehme irgendwann mal. Ja, auf jeden Fall. Wenn der, wenn unser Zuschauer das möchte, wir können den Zuschauer mal fragen. Ja, der kann sich ja zu Wort melden. Genau. Also Zuschauer, schreib mal bitte in die Kommentare. Äh, ja, okay, du scheinst richtig zu sein. Ja, ich gucke mal zwischendurch, wo du bist. Okay. Ah, okay. Äh, du bist ein praktisches Navi. Ja, ja. Kann ich dich ins Auto einbauen? Du, ich heiße ja auch mit zweitem Vornamen Tom. Ach, ernsthaft? Ja, kein Scheiß. Deswegen, äh, ja. Das erklärt es. Folge der Redstone-Spur. Ach, ist das bei den Redstone? Ja. Ah, okay. So, und das müsste der Ausgang sein. Ah ja, cool. Ja, tatsächlich. Ja, cool. Ich hab's geschafft. Yeah, 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 yeah. Ich schlag dich nicht. Ich war halt mal ganz kurz davor. War cool. Ähm. Didn't you starve to death yet? No problem, just complete this easy test and I'll make the next one slightly harder. Under the motto, three steps forward and one step back. Okay. Schauen wir mal. Wollen wir kurz einmal schlafen? Ich mach das mal eben. Ich hab's schon. Achso. Ups. Okay. Oh nein. Oh nein. Nicht springen. Nicht springen. Nicht springen. Oh scheiße. Ja. Ähm. Soll ich damit zuerst? Mach du mal. Okay. Dann, ähm. Musst du dich hier draufstellen irgendwo. Auf die hier oder auf die andere? Äh. Das ist egal. Ich glaub die andere. So. Okay. Jetzt muss ich zwischendurch auch wechseln. Nee. Jetzt kannst du da rüber. Oh je. Okay. Ja. Ähm. Na super. Diesmal musst du sprinten übrigens. Ah okay. Gut. Moment. Das wird nix. Das wird nix. Du bist, wo bist du denn abgesprungen? Das war doch noch nicht mal. War zu früh. Ja. Viel zu früh. Okay. Gut. Aber jetzt bin ich nicht gesprintet. Sonst wär's. Sonst hätt's glaub ich geklappt. Moment. Na ich bin schon wieder nicht gesprungen. Sprintet der da nicht richtig? Ich muss nochmal diese eine Taste einstellen. Die Sprinte-Taste. Kacke. Zu früh. Gerade so. Okay. Und jetzt das nächste. Ich lese dir mal mal was auf meinem Handy. Oh nein. Oh scheiße. Ich war schon. Ich war schon. Ich war schon. Und dann bin ich. Ja genau. Nimm dir mal ein Buch zum Lesen. Ja ja. Spiel irgendwas. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir irgendwie einen anderen Weg finden. Ich glaube heute ist der internationale Tag des Bieres. Okay. So. Das. Oh. Jetzt bin ich da runtergefallen. Ich hab's gerade so schön geschafft. Oh. Es wird heute Abend gegrillt. Sehr gut. Was wird gegrillt? Ähm. Kommt drauf an. Ob du diesen Sprung jetzt schaffst oder nicht. Na vielen Dank. Warte. Warte. Nein. 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 Ich möchte nur mal betonen, dass ich diesen Sprung beim ersten Mal, beim ersten Versuch gleich zweimal geschafft habe. Ja. Es sieht aber auch so aus, als ob du es noch nicht mal wirklich versuchst. Du rutschst da einfach nur so runter. Ich muss gerade lachen, deswegen geht das nicht. Okay. Wir denken an etwas Ernstes. Ja. Algebra. Oh Gott. Siehst du, sogar da muss ich lachen. Kurvendiskussion. X plus. Was macht ihr denn da? Ich dachte, ich schaff's nicht. Ich war genau umgekehrt und habe mich geweckt. Oh nein. So. Ja. Perfekt. Dann das Ganze. Ja. Okay. Alles klar. Jetzt hab ich jetzt, glaube ich, raus. Ähm. So. Jetzt musst du. Stehst du auf dem Scheiber? Warum passiert dir nichts? Keine Ahnung. Jetzt vielleicht? Warte, ich probier nochmal. Und? Nee. Hm. Äh. Das war toll. Vielleicht musst du jetzt wieder zurück? Nein, das kann doch nicht sein, oder? Ach doch. Ja, also ich meine, der Hinweis war ja da. Geh nochmal. Ach stimmt. Drei, ja. Einen Schritt nach vorne und dann. Ach siehste? Geht's? Ja, okay. Ich versuch's mal nicht. Wenn du es jetzt versaust, müssen wir wieder von ganz vorne an. anfangen. Ja. Oh oh. Unter Druck kann ich nicht arbeiten. Solange du nicht lachst? Ja. Das ist schwierig. Nein, nein. Oh. Entschuldigung. Komm, wir probieren es jetzt noch zweimal und wenn es dann nicht funktioniert, dann suche mal einen anderen Weg. Ach. So. Vergangen. Komm, fail. Los, fail. Ja. Okay. Ja. Jetzt du. Easy. Easy. Alles klar. Ich geh wieder zurück. Ja. Und jetzt du. Oh Mist, ich bin an der Wand hängen geblieben, glaube ich. Sonst hätte das. Ich bin an der Wand hängen geblieben? Nee, echt jetzt. Was ist das denn für eine Entschuldigung? Siehst du hier irgendwo an dieser Wand irgendwas, wo man hängen bleiben könnte? Man selbst vielleicht. Das ist doch Quatsch. Das war auch eine schöne Ausrede, wenn man die Hausaufgaben nicht hat. Ich bin an der Wand hängen. Klar. Aber ich laufe immer nicht. Ja, ich glaube, es ist diese Wand. Das ist immer die Wand schuld. Ich kann mir schon ausrechnen, dass irgendwann nach den Ferien irgendein Schüler zu mir sagen wird, Frau Weber, ich habe die Hausaufgaben nicht, ich bin an der Wand hängen geblieben. Ich bin an der Wand hängen geblieben. Ja. Dann kannst du dann sehen, wer den Quatsch jetzt hier anguckt und wer nicht. Ja, der eine Zuschauer, der wird das bestimmt sagen. Nein, ich bin nicht schnell genug. Warum, 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 warum? Das gibt es da nicht. Was habe ich mich hier eingelassen? Mann, ey, warum geht das? Mach mal was mit Frau Weber, haben sie gesagt. Ey, das andere, das ging echt gut. So. So, okay. Wieder zurück. Ich zieh jetzt. Oh, das war knapp. Ich bin zu früh abgesprochen. Du bist zu früh abgesprochen. Ich bin wenigstens nicht an der Wand hängen geblieben. Ich bin auch noch nie an der Wand hängen geblieben. Okay, jetzt geh auf deinen Pleasure Plate da. Ich kann aber, glaube ich, jetzt weiß ich auch, was ist mit Starving zu... Ah, siehste? Ich bin an der Wand hängen geblieben. Vielleicht drückst du Space auch zu nicht lange genug. Ich drücke gar nicht Space. Ich drücke Null. Ich habe meine Tasten umbelegt. Null? Auf dem Numpad? Ja, ich mache das hier mit den Tasten, siehste. Das ist ja verrückt. Ja. Mit Pfeiltasten? Kein Wunder, dass das was wird. Äh, nicht wird bei dir. Du musst doch hier... So früh. Die Shooter, WASD und so. Ja, ich weiß. Ich mache das irgendwie immer... Kann man das vielleicht mit einem Gamepad? Ich habe meins, glaube ich, gar nicht dabei. Äh, kann man Minecraft mit einem Gamepad spielen? Nein, ich glaube nicht. Okay, dann mal los, Frau Weber. Jetzt, oh nein, 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 nein. Warum? Warum? Ich war schon da. Das Video dauert schon 20 Minuten. Komm, dann, ich such mal einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Ach, bestimmt. Nein. Ich kann vielleicht tauchen oder so. Ich glaube nicht. Okay, nochmal. Einmal noch. Und dann? Dann cheate ich. Dann cheate ich einen Block her. Das kannst du nicht. Doch, natürlich. Wie willst du das denn? Aber du bist doch nicht... Dann kann ich meinen Game-Mode ändern. Ich bin ja Operator. Du bist Operator? Ja. So. Kannst du nicht dann einfach fliegen? Ach, scheiße. Stimmt. Nee, du bist doch Superman. Das wissen die Leute ja nicht. Ach so. Das sollten wir uns gleich mal zeigen. Da, 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 da. Da, 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 da. Und, äh, mich hat man ja noch gar nicht gesehen. Weißt du? Man sieht ja immer nur mein Bildschirm. Stimmt. Kein Wunder, dass es bei dir mit Fliegen nicht so klappt. Ja, genau. Ich freu dich auch. Cape. Ja. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein, nein. Das wird nichts. Nein. Jetzt gleich, warte. Ich kann nicht, wenn jemand guckt. Aber du musst... Du musst es zumindest versuchen. Das kann doch nicht sein. Ja, ich bin so vorsichtig immer hier. Nein. Nein, nein, nein. Warte, warte. So, das ist der letzte Versuch, sonst schieb ich. Nein. Also, auf dem nächsten Block, dann ist es der. Warum? Warum ist denn das? Ab 10 Gramm wird es undeutlich. Ja. Entschuldigung. Nein. Oh Mann. Das gibt es doch nicht. Warte, warte, warte. Kriegen wir noch hin? Und du weißt schon, dass unsere Schüler die Skills, die wir haben, sehr stark jetzt miteinander vergleichen. Was waren das? 0? 0 oder 1? Ach, scheiße. Wir müssen das schaffen. Wollen wir das auch screen machen? Dann kriege ich das auch hin. Einen Versuch machen wir noch. Einen letzten. Okay, gut. Wenn du den versaust, mache ich sofort Schluss. Boah. Und vielleicht funktioniert das nur unter Druck. Vielleicht bist du eigentlich heimlich eine Turniermannschaft. Total. So, Moment. Mhm. Ich würde es entspannen. Ja. Tastatur, Monitor ausrichten. Okay. Okay. Wehe, du schmeißt jetzt irgendwie Salzstangen. Ich würde es mit Salzstangen haben schmeißen. Ich würde es dir zu trauen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Was denn? Salzstangen schmeißen. Warum denn? Du bist doch diejenige, die nichts hinbekommen. So. Nein, 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 nein. Kack. Auf Wiedersehen.